Herzlich Willkommen an der Deutschen Botschaftsschule Peking. Mein Name ist Andreas Merzhäuser, ich bin der Schulleiter dieser Einrichtung. Und hinter uns sehen Sie unser Schulgebäude, ein architektonisches Juwel, inmitten des Diplomatenviertels der chinesischen Hauptstadt. Wir bieten deutsche Bildung vom Kindergarten bis zum Abitur und tragen Sorge, dass Ihre Kinder, gleichgültig wie lange sie in Peking verweilen, im deutschen Bildungssystem verwurzelt bleiben. Kommen Sie jetzt mit auf eine Reise durch unsere Schulen. Morgen alle zusammen. Morgen alle zusammen. Hallo und Herr Wachle eben. Hallo. Das geht auch, ne? Also wir wollen, ich kann mal ausrufen. Sekundärspule, die musst du ja messen, ja, mit deinem Multimeter. Das ist großartig. Es ist großartig. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Applaus 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 Das ist der Grundrücknis eures schullichen Alltags. Deshalb möchte ich an dieser Stelle ganz ausdrücklich auch die Leistung würdigen. Untertitelung des ZDF, 2020